Sebastian Toni Deißler ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Karriere Seine Karriere begann Deißler in der E-Jugend des FV Tumringen, einem Stadtteilverein von Lörrach, der von seinem Vater trainiert wurde. Da er zu jung für diese Altersklasse war, durfte er die ersten zwei Jahre im Verein nur trainieren. Über den TUS Lörrach-Städten und den FV Lörrach gelangte Deißler 1995 in die Jugendabteilung von Borussia Mönchengladbach und gehörte mit Marcel Ketela, Marco Villa und Robert Enke zu einem Viererteam von Nachwuchsspielern, die das Gerüst einer neuen Gladbacher Mannschaft bilden sollten. 1998, 99. gehörte er zum Profikader und debütierte in der Bundesliga am 8. September 1998 beim 1 zu 1 Unentschieden im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Als er in der 63. Minute für Markus Hausweiler eingewechselt wurde, sein erstes Tor gelang ihm am 6. März 1999 beim 2 zu 0 Heimsieg über den TSV 1860. München Nach nur einem Jahr und dem Abstieg der Borussia in die 2. Bundesliga wechselte er für eine Ablösesumme von 4,5 Millionen DM zu Hertha BSC, für die er in drei Spielzeiten 56 Mal zum Liga-Einsatz kam, neun Tore erzielte und 2001 den Liga-Pokal gewann. Mit dem zur Saison 2002-03 vollzogenen Wechsel zum FC Bayern München trat er seinem letzten Verein als Aktiver bei. Für die Bayern als Spielmacher und Nachfolger von Stefan Effenberg verpflichtet, spielte Deißler bis zur Winterpause der Saison 2006-07 und errang dort mehrere Titel. In der Saison 2003-04 setzte Deißler aufgrund von Depressionen mehrere Monate aus. Am 16. Januar 2007 zog der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler die Konsequenzen aus zahlreichen Verletzungen und Erkrankungen, die ihn in den letzten Jahren immer wieder zurückgeworfen hatten und erklärte gegenüber Uli Hoeneß das Ende seiner Karriere. Er begründete dies mit fehlendem Vertrauen in die Stabilität seines Knies. Obwohl Deißler damals erklärte, sein Schritt sei endgültig, ließ Hoeneß, der eigenen Aussagen zufolge lange versucht hatte, den Spieler umzustimmen. Verlauten, der bis Juni 2009 gültige Vertrag Deißlers beim FC Bayern München werde nur ausgesetzt, um dem Spieler eine Rückkehr zu ermöglichen. Die Erklärung Deißlers über das Ende seiner Karriere hatte indes Bestand. Er bestritt keinerlei Spiele mehr. Deißler war Teilnehmer an der U17-Weltmeisterschaft 1997 in Ägypten und kam in zwei Spielen der Vorrunde am 5. und 7. September und drei Spielen. Der Finalrunde am 14., 18. und 21. September zum Einsatz und belegte den vierten Turnierplatz. 1998 erreichte er mit der U18-Nationalmannschaft das Entspiel der U18-Europameisterschaft, das gegen Irland erst im Elfmeterschießen mit 3 zu 4 verloren wurde. Für die U21-Nationalmannschaft spielte er dreimal, wobei er am 26. März 1999 in Belfast bei der 0 zu 1 Niederlage gegen Nordirland erstmals eingesetzt wurde. Sein Debüt in der A-Nationalmannschaft gab er am 23. Februar 2000 in Amsterdam bei der 1 zu 2 Niederlage im Testländerspiel gegen die Niederlande, als er in der 46. Minute für Zoltan Chebeschen eingewechselt wurde. Bei der Weltmeisterschaft 2002 fehlte er ebenso verletzungsbedingt wie bei der Weltmeisterschaft 2006 im eigenen Land. Sein letztes Spiel im Nationaltrikot bestritt er am 1. März 2006 in Florenz bei der 1 zu 4 Niederlage im Testländerspiel gegen Italien. Nach der aktiven Zeit, nach seinem Karriereende hatte Deißler sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Erst Ende September 2007, rund acht Monate nach seinem Rücktritt, sprach er in einem Interview erstmals über die Gründe für diesen Schritt. Am 8. Oktober 2009 erschien die vom Sportjournalisten Michael Rosentritt in Zusammenarbeit mit Deißler verfasste Biografie Sebastian Deißler. Zurück ins Leben Privat Deißler, der mit seiner ehemaligen brasilianischen Lebensgefährtin einen Sohn hat, strebte nach seiner Fußballerkarriere eine Tätigkeit als Physiotherapeut an. Über seine berufliche Situation ist nichts bekannt. Deißler lebt völlig zurückgezogen in Freiburg. In die Medien gelangte er 2013 nochmals mit einer verlorenen Schadenersatzklage vor dem Landgericht Berlin gegen einen ehemaligen Berater. Erfolge als Fußballer Deutscher Meister 2003, 2005, 2006 DFB-Pokalsieger 2003, 2005, 2006 Liga-Pokalsieger 2001, 2004 Auszeichnungen Stimmungen Stimmungen Der Stimmungen Vielen Dank.